Hallo, das ist das Video Nummer 4, das Thema Hypothesentest. Im Video Nummer 1 haben wir die Grundlage erklärt, im Video Nummer 2 haben wir einen lenkseitigen Test gehabt, im Video Nummer 3 einen rechtseitigen, und in diesem Video werden wir einen zweiseitigen Test, beidenseitigen Test haben. Du musst zuerst die Videos Nummer 2 und 3 genau angucken. Hier behandeln wir eigentlich einen beidenseitigen Test, das heißt eine Mischung aus Video 2 und 3. Und weil wir im Video Nummer 2 und 3 alles detailliert erklärt haben, machen wir dieses Video ein bisschen schneller. So, Arian vermutet, dass bei einem Spiel verwendeter Würfel kein Laplace-Würfel ist. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl, zum Beispiel die 6 eintritt, ungleich ein Sechstel ist. So, das ist die Vermutung. Deswegen möchte er testen. Um dieser Vermutung nachzugehen, würfelt er 100 Mal und bestimmt die Anzahl der 6 hat, 12 Mal zum Beispiel. Ist der Würfel fair oder ein Laplace-Würfel? So, es wird H0, H0, es wird behauptet, dass der Würfel fair ist, also P gleich ein Sechstel. Hier geht es nur um gleich oder ungleich, nicht kleiner oder größer. Weil, wenn P größer ein Sechstel ist, ist der Würfel trotzdem nicht fair. Ist wenn kleiner, trotzdem nicht fair. Deswegen muss genau gleich ein Sechstel sein. Und H1, der Arian, will zeigen, dass P ungleich ein Sechstel ist. Und wie gesagt, es handelt sich um beide seiten Tests, weil wir nicht hier zum Beispiel größer oder kleiner haben, sondern ungleich. Und hier gleich. So, dann machen wir so eine Kurve und zwei Striche. So, wichtig ist, dass du weißt, dass diese und diese Bereiche unsere Ablehnungsbereiche sind. Die Ablehnungsbereiche von H0. Und hier ist unser Annahmebereich. Unser Annahmebereich von H0. Wir müssen eigentlich zweimal die Werte von K bestimmen. Einmal K1 und einmal K2. So. K1 genauso wie ein linkseitiger Test und K2 bestimmen wir genauso wie ein rechtseitiger Test. Video Nummer 2 und 3. So, zuerst K1. K1. Wir haben gesagt, wir machen so eine Tabelle. Hier schreiben wir K. Hier muss kleiner gleich 0,05 sein. Warum? Weil unser Signifikanzniveau 0,05 beträgt und die Wahrscheinlichkeit, also 1 Sechstel, kleiner als 50% ist. Und wir einen linkseitigen Test haben. Video Nummer 2. So, gehe ich zu der Tabelle. N gleich 100. P gleich 1 Sechstel. Ja, ganz wichtig. Wir haben was vergessen. Das Signifikanzniveau beträgt 5%. Aber wir haben zwei Bereiche. Das heißt, wir teilen diese 5%. Also, 5% 0,05 geteilt durch 2 sind gleich 0,025. Das heißt, ein Teil hier ist 0,025 und hier 0,025. Das heißt, in der Tabelle muss ich nach einem Wert suchen, der kleiner als 0,025 ist. Hast du verstanden? Hast du verstanden? 5% teilen, weil wir einen beidenseitigen Test haben. Symmetrisch teilen. So, dann gehen wir zu der Tabelle der Venomialverteilung. Also, die Tabelle der Venomialverteilung. N gleich 100. 0,025 ist gleich 0,0213. Immer, so musst du immer lesen. 0, dann die Zahl, die hier steht. Hier zum Beispiel 0,0213. Hier 0,0427. So, diese Wahrscheinlichkeit brauchen wir und den K-Wert. Also quasi unser K1. Also K1 gleich 9 mit dieser Wahrscheinlichkeit 0,0213. Das ist K1. Und K2, machen wir noch eine Tabelle hier. K2. Wie gesagt, obwohl diese Wahrscheinlichkeit kleiner als 50% ist, weil wir einen rechtseitigen Test haben, in diesem Fall K2, müssen wir nach einem Wert suchen, der grösser als 1 minus 0,025 ist. 1 minus 0,025 ist gleich, sind gleich 0,975. So, ich gehe zu der Tabelle, suche ich nach einem Wert grösser als 0,975. P gleich, Klein P gleich 1 Sechstel. Hier in dieser Spalte suche ich nach einem Wert grösser als 0,97. Dieser ist 0,93. Hier haben wir 0,96. Dieser Wert 0,9783. Dieser Wert ist grösser als 0,975. 0,9783. Und den K-Wert dazu. 24. So, die Bereiche. Wir haben gesagt, im Video Nummer 2 haben wir gesagt, diese Zahl gehört zu unserem Ablehnungsbereich. Das heißt, wir haben hier von 0 bis 9 Ablehnungsbereich. 0 bis 9. Und wir haben im Video Nummer 3 gesagt, dieser Wert gehört zu unserem Annahmebereich. Das heißt, Ablehnungsbereich fängt erst hier ab 25 an. Also, 25 bis, wie viel? Geht bis 100, weil 100 mal versucht wird. Und das ist jetzt einfach, den Annahmebereich zu bestimmen. Annahmebereich ist von 10 bis 24. 10 bis 24. Das ist der Annahmebereich von H0. Okay, jetzt können wir entscheiden, ob der Würfel fair ist oder nicht. Arian hatte 12 mal. Und 12 liegt im Annahmebereich. Also von H0. Also deswegen nehmen wir H0 an. Das heißt, wir gehen davon aus, dass H0 fair ist. H0 richtig ist, wahr ist. Mit diesem Signifikanzniveau. Mit dem Programm, das ich euch im Video Nummer 2 vorgestellt habe, können wir das Ganze auch noch testen. N gleich 100. H0 mal 1 Sechstel, 0,16 kannst du hinschreiben. 0,166, das heißt 1 Sechstel hier. Signifikanzniveau 5%. Und wir haben beide seitig. Und wenn ich berechne, bekomme ich hier Annahmebereich 10 bis 24. Und Ablehnungsbereich, das. Und das Ganze haben wir auch richtig gemacht. Jetzt habe ich für dich eine Aufgabe. Du kannst diese Aufgabe für SN gleich 5% machen. Dann hast du so eine Situation. Dann hast du hier und hier zwei Bereiche. Hier muss SN gleich 1%. 1% ist gleich 0,01. Geteilt durch 2 hier. Und hier 0,01 geteilt durch 2. Also gleich 0,005. Das heißt, hier musst du nach einem Wert suchen, der K1 kleiner gleich 0,005 ist. Und K2 musst du nach einem Wert suchen, der grösser gleich 1 minus 0,005 ist. Also grösser gleich 0,995 ist in der Tabelle. Dann kannst du die Bereiche bestimmen. Mach es einfach. Mach diese Aufgabe. Du kannst auch diese Aufgabe machen. Wenn wir eine Münze werfen, ob die Münze fair ist zum Beispiel. Hier wird 50 mal geworfen. Und haben wir H0 und H1 in Video Nummer 1 aufgestellt. Du kannst jetzt Annahme und Ablehnungsbereich von dieser Aufgabe auch bestimmen. Genauso brauchst du zwei Werte. H1 und K2. Dann kannst du die Bereiche bestimmen. Du musst auch nur wissen, wenn linkseitig diese Zahl zum Ablehnungsbereich gehört. Wenn rechtseitig diese Zahl zum Annahmebereich gehört. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ansonsten denke ich, dass solche Aufgaben wirklich sehr einfach zu machen sind, wenn man H1 und H0 richtig aufstellt und ein bisschen übt. In den nächsten Videos machen wir weitere Aufgaben machen, aber nicht mit der Binomialverteilungstabelle, sondern mit der Annäherung durch Normalverteilung. Normalerweise, wenn N sehr größer ist, wenn N gleich 500 ist, können wir diese zwei Bereiche K1 und K2 durch Normalverteilung bestimmen. Vielleicht weißt du zum Beispiel K1 gleich µ ± 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 Tschüss.